Herzlich Willkommen zu LateNightMaxus! Vorsicht hinter dir! Da sind Leute! Heute Abend zum ersten Mal live! Was ist jetzt passiert? Wir machen das zum ersten Mal! Im Schnelldurchlauf! Im ersten Live-Sendung, an dem wir nicht wissen, was passiert! Das heißt, alles Mögliche kann passieren! Also wenn Sie etwas sehen, was Sie nicht sehen sollen! Aus Bottrau! Vieles Neues! Im professionellen Studio hier in Bottrau! Bottrau! Viele blödsinnige Ideen haben es in dieser Sendung geschafft! Ich hab den Zettel tatsächlich noch nicht ganz durchgelesen! Live! Ja, ich werd YouTube-Star! Das macht ja nichts! Welches Gefühl möchte ich im Schlafzimmer erzeugen? Ähm... Wenn dies das Bett eines anderen wäre, würde es mich anziehen? Wenn der Satz da aufgequält hätte, kaufen Sie einen Nachtisch! Wenn Sie, Michael Baute, öfter bei uns sehen wollen, denn wir sind live! Dann schreiben Sie das jetzt in unsere Kommentare! Die Show ist vorbei! Nein, nein! Deine! Wir bleiben noch dran! Für Sie, unsere Zuschauer, weil wir Sie lieben! Geht los! Was ist denn mit dir? Was ist denn mit dir? Haha! Ja! 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 Ja!